Hallo meine Freunde, euer Coach hier ist Cecil. Heute machen wir einen richtig geilen und vor allem schnellen Lachs-Party-Snack, aber natürlich nach dem Intro. Also meine Freunde, heute machen wir einen richtig geilen Snack und ich war selber auf einer Party eingeladen und da lagen diese Snacks aus und da habe ich gedacht, ey, das ist ja mega geil, das muss ich definitiv nachmachen, weil es ist so schnell gemacht und wenn ihr damit zum Beispiel zu einer Party kommt oder zu einer Veranstaltung oder zum Geburtstag und ihr tischt das auf, dann wird niemand, aber auch wirklich niemand sagen, ey, das ist ja low carb, das schmeckt nicht, sondern ein richtig geiler, super schnell gemachter Party-Snack. Meine Bewertung dazu gibt es wieder später, ich kann aber vorwegnehmen, ist nicht so schlecht. Also alles, was ihr braucht, ist eine halbe Salatgurke, circa 50 Gramm geräucherten Lachs und bei Fisch oder Fleisch, sage ich ja immer, mindestens Bio-Qualität, also achtet wirklich auf die Qualität, dann circa 100 Gramm Frischkäse, eine Handvoll Petersilie, Himalaya-Salz und Pfeffer. Und wie bereiten wir das Ganze zu? Ganz einfach, die Gurke und Petersilie natürlich waschen, dann die Gurken in dünne Scheiben schneiden und auf einem Servierteller verteilen. Den Frischkäse auf die Gurkenscheiben streichen und ihr wisst ja, ich koche ja nicht, bis ich diese ganzen Videos hier mache, habe ich ja nie wirklich für mich gekocht. Das heißt, ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Warum mache ich es trotzdem? Weil ich einfach euch Möglichkeiten an die Hand geben möchte, dass ihr Erfolg habt und die gute, gesunde Ernährung durchhalten könnt, sodass es überhaupt gar keine Diskussion ist, weil ihr könnt alles machen. Also im Grundsatz mag ich kochen nicht, ich mache es wirklich nur für euch, das macht mir keinen Spaß. Aber diese Gurkenscheiben zu bestreichen, mit dem Messer immer so abstreichen an der Seite, das hat mir zum Beispiel Spaß gemacht. Also weiter dann mit Pfeffer bestreuen, Lachs in dicke Scheiben schneiden und auf den Frischkäse geben. Bei Bedarf mit Himalaya-Salz bestreuen. Mit Petersilie verzieren und fertig. Perfekter Party-Snack. Es ist so einfach. Es ist wirklich so schnell gemacht und so einfach. Und die Kombination mit Gurke, Frischkäse, Lachs, ein bisschen Salz, Pfeffer und ein bisschen Petersilie obendrauf ist mega geil. Also richtig geil. Also was gebe ich dem Ganzen für eine Bewertung auf einer Skala von 1 bis 10 für einen Party-Snack? Also meine Bewertung ist 10. Ich muss wirklich 10 sagen. Also es gibt an diesem Party-Snack überhaupt nichts auszusetzen. Also gar nichts. Er ist einfach mega gut, mega schnell gemacht und keiner wird auf einer Geburtstagsfeier oder so sagen, ey, kannst du mal bitte mit deinen Low-Carb-Sachen hier nach Hause gehen? Das wird keiner sagen, weil es schmeckt einfach mega geil. Okay. Und ja, praktisch eigentlich keine Kohlenhydrate, Gurke dabei, Omega-3-Fettsäuren, wenn es ein guter Fisch ist, der auch selber noch Algen gegessen hat. Omega-3 zu Omega-6 ist ja sehr, sehr wichtig für die Gesundheit. Dafür müsst ihr meine ganzen anderen Videos gucken zur Ernährung. Auf jeden Fall, um es kurz zu machen, so ein Party-Snack in 3 Minuten gemacht, wenn alle mögen. Also da bin ich mir echt sicher. Deswegen macht das unbedingt gerne nach. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, folgt mir auf jeden Fall jetzt auf Instagram. Wenn ihr noch kein Profil habt, könnt ihr das innerhalb von 2 Minuten erstellen. Das ist kein Problem. Weil da könnt ihr mir mal Vorschläge schicken, was ihr für Koch-Videos sehen wollt. Und da sind wir sowieso die ganze Zeit in Kontakt. Deswegen gerne einmal folgen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr macht das auch mal, wenn ihr es gemacht habt. Müsst ihr unbedingt mal unten reinschreiben, ob ihr es auch so mega geil findet wie ich. Und ich glaube, das war es für heute. Also Like-Button rasieren, Video teilen und bis bald, euer Coach. Sessi. Are you listening? Damn. Oh, yeah. Oh.